Glück auf Schalke und herzlich willkommen hier auf Körerwurst und Dosenbiet zu den S04 News und heute mit einem kurzen Transferupdate zu Marc Uth, der ja eigentlich kurz vorm Wechsel zu Köln steht. Eigentlich, es ist noch lange nicht offiziell, denn eine Kleinigkeit, ein kleines wichtiges Detail ist noch zu klären. Marc Uth ist sich mit Köln einig, er soll 1,8 Euro verdienen, Schalke ist sich mit Köln einig, Köln will keine Ablösung bezahlen, Schalke sagt, okay, dann gehen wir nicht Ablöse frei, Problem ist nur. Genau deswegen möchte Marc Uth anscheinend noch ein bisschen Kohle von Schalke haben und das will Schalke nicht zahlen. Es geht um eine gewisse Summe von 500.000 Euro, die Marc Uth gerne hätte von Schalke 04, weil er logischerweise mit seinen 1,8 Millionen Euro weniger verdient als bei Schalke, da würde er wohl ungefähr 3 Millionen bekommen in Liga 2. Das will er sozusagen als Ausgleich haben und Schalke sagt, nö, wollen wir nicht bezahlen. Und da sage ich, warum auch. Schalke ist hier natürlich an sich gefordert, man will Marc Uth abgeben, es ist nicht mehr geplant, dass er auf Schalke spielt. Er will unbedingt zu Köln, er will nur zu Köln, aber Köln will selber nicht zahlen. Dann kann Schalke genauso gut sagen, wir zahlen auch nicht und somit ist dann halt Marc Uth dazwischen. Meines Wissens nach ist das natürlich jetzt etwas problematisch, wodurch eben das ganze Ding in die Länge gezogen wird, aber ich finde es vollkommen richtig so, dass da Hufen Schröder standhaft bleibt und sagt, nein, Marc Uth bekommt von uns keine Zahlung und somit müssen Uth und Köln gucken, ob sie zusammenfinden oder nicht. Logischerweise, am Ende kann man sagen, Schalke ist vielleicht eher gezwungen, ihn zu verkaufen. Ja, aber solange Köln auch selber sagt, wir bezahlen nichts, kann Schalke genau das Gleiche sagen und Marc Uth muss somit sehen, was ihm wichtiger ist. Will er nach Köln? Muss er auf Gehalt verzichten? Muss er auch auf die Summe verzichten? Oder er wechselt auch woanders hin? Auch da gibt es sicherlich noch einen der Interessenten. Hoffen, er wurde ja mal genannt und dann hat Schalke halt, okay, wir verkaufen nicht halt nur dahin. Deswegen jetzt zu sagen, Schalke ist gefordert, sehe ich nicht so. Es sind alle drei Parteien gefordert und es ist vollkommen richtig so, dass man nicht noch 500.000 Euro zahlen will, weil man gibt ja auch ablösefrei ab. Also da kann auch Uth froh sein, dass Schalke sagt zu Köln, okay, ihr kriegt eine Ablöse frei und wenn er unbedingt nach Köln will, muss er jetzt abwägen, was ihm am wichtigsten ist und dann werden wir mal sehen, wann das Thema offiziell wird und ob es überhaupt offiziell werden wird. Kurz noch ein Update zur Mitgliederversammlung, die war ja heute und wurde abgebrochen aufgrund von technischen Problemen. Es war einfach zu viel, es war bei den Abstimmungen und bei den Wahlen vor allem auch problematisch geworden. Es wurde viel besprochen, viele Themen wurden abgehandelt. Ich glaube aber trotzdem sind wir alle so ein bisschen mit der Meinung stehen geblieben. Naja, gut, so richtig vorangebracht hat uns die Versammlung jetzt eher weniger. Also, das kurz zu Schalke 04, eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball und Glück auf an alle Schalker! 0 Inner Köln 4 1 Untertitelung des ZDF, 2020